Und diese Mülltonne, die das schreibt, der sitzt einsam und verlassen vom Rechner, keult sich ein und hat schon einen Bodycount vom halben, weil er mal die Lehrerin halt nackt gesehen hat. Hallo Freunde der Leichenmuse, wir sind's. Die zwei von der Frittenrenschen, das ist jetzt, letztes Mal wussten wir die Folge nicht, ich meine, das wäre jetzt Folge 12. Ich weiß die Folge nie, du weißt es eigentlich immer, also wird das wohl so sein. Es ist auf jeden Fall eine neue Folge. Nee, 12, genau. Zählen kann er auch nicht. Nee, herrlich. So, wir wissen natürlich nicht, über was wir reden sollen. Nee, wir haben diesmal gar keinen Plan, weil sonst haben wir ja immer so, also wir machen uns ja nicht so einen richtigen Plan, aber zumindest haben wir immer so ein Grundthema, sag ich mal, und diesmal haben wir nichts. Na dann, Jente, nothing, nicht. Also das letzte Mal war das Thema Doping, da betrifft es ja mehr die Männer. Genau. Wir könnten ja eigentlich auch mal eine Folge machen, aber da habe ich jetzt heute nicht so, weil das über was gefegt wird und was nicht gefegt wird. Das würde ja auch die Leute interessieren. Stimmt, das wäre auch. Aber ja, das können wir ja nochmal extra nochmal machen, oder? Vielleicht machen wir das nächste Folge dann. Wenn wir nebeneinander sitzen, machen wir das mal. Wäre ja dann, das wäre dann die nächste Folge, da sitzen wir ja, wenn nicht irgendwas schief geht, sitzen wir dann wieder nebeneinander und dann machen wir das. Dann haben wir jetzt schon mal, behalten wir uns im Kopf, dann haben wir nichts. Ja, ja, das machen wir. Weil das, gut, natürlich werden dann wieder einige Arbeitskollegen und innen, ne, werden dann natürlich angepisst sein, dass wir die ganzen Tricks verwarten. Aber was brauchen wir uns denn? Scheiß drauf. Ich habe eh schon so viel gesagt. Es kommt jetzt auch nichts mehr drauf an. Also von daher, das wird alles gedroppt. Genau. Wir haben damit ja so gesehen auch nicht unbedingt immer was Gutes, aber egal, egal, egal. Ja, ich weiß nicht, wir können ja jetzt so, da wir jetzt schon fürs nächste Mal ein Thema haben, wir können ja mal ein Resümee ziehen, was so die bisherigen Folgen oder wie es dir bis dahin so ergangen ist. Mit dem Podcast. Bist du jetzt Fame? Ich glaube nicht. Aber zumindest, es gibt so ein paar, also heute gerade, das habe ich dir früher ja auch erzählt, das fand ich ganz cool. Ich habe so eine TikTokerin, der habe ich damals, oder nicht gefolgt, habe ich ihr nicht, aber ich habe die damals immer so geguckt und so. Und dann habe ich sie aber so aus den Augen verloren und wusste halt nicht mehr, wie sie heißt und habe sie vor ein paar Tagen wiedergefunden durch Zufall und bin ihr jetzt endlich mal gefolgt. Und dann hat sie mir, habe ich heute Morgen dann gelesen, hat sie mir geschrieben, ja, hey, ich bin ja total überrascht, dass du mir jetzt folgst, weil ich kenne ja deinen Podcast und so und ich finde dich und Egon total sympathisch. Und es hat mich irgendwie total gefreut, weil ich sie ja auch geguckt habe und das weiß ich nicht, das fand ich heute Morgen voll schön, dass ich manche Leute kenne, von denen ich gar nicht weiß, dass sie mich eigentlich kennen oder nicht damit gerechnet hätte. Und das freut mich, gerade wenn ich die Leute mag, das ist doch schön, das ist doch, finde ich schön. Ja, das war jetzt bei mir auch, ich meine, ich kann ja hier Namen nennen, ist ja vielleicht auch Werbung oder was weiß ich. Es gibt da einen so, ich habe den immer bei TikTok gesehen, so Feuerstein Kars heißt der, so mit Glatze, ein bisschen tätowiert am Kopf und der verkauft so hochpreisige Sportwagen, so die ganze Wannbreite aus Italien und was weiß ich. Und den fand ich immer gut, weil der so unorthodox Werbung für seine Karren gemacht hat oder für sein Autohaus oder für sein Business. Und den habe ich auch so vorab schon gefolgt und dann hat er das wohl irgendwie mitgekriegt und dann kommen wir jetzt hin und her. Dann hatten wir uns zum Essen getroffen und dann haben wir gesagt, wir machen was zusammen. Jetzt war ich zwei Tage bei Ihnen am Autohaus und wir haben uns so bombig verstanden. Also das war ganz cool. Du hast einen neuen Kumpel auch gewonnen. Also abgesehen davon, dass die Videos natürlich super gelaufen sind, aber so menschlich hast du einen neuen Freund gewonnen. Das ist doch schön. Ja, und vor allen Dingen war das so Selbstläufer, weil der so den Humor, so denselben Humor hat und das passt da einfach. Coole Socke. Das hat ja Spaß gemacht. Das war jetzt auch nicht wirklich Arbeit, dass man gesagt hat, oh man trifft sich und muss jetzt Videos drehen wegen Reichweite, sondern man hat da Bock drauf und die Reichweite ist noch so ein Plus sozusagen. Ja, dass wir so ein paar Videos gemacht haben oder so, das war eigentlich der Nebeneffekt, dass wir uns getroffen haben. Das meine ich ja. So gelacht, ist auch einen Abend ziemlich viel Alkohol geflossen und war lustig. Das ist natürlich jetzt der Vorteil von dem Podcast. Man kann sich da ein bisschen rausfiltern, weil ich weiß ja nicht, du kennst das ja jetzt auch mittlerweile, da sind ja auch viele Meldungen, die uns da in andere Podcasts holen wollen, weil wir so interessant sind oder ich weiß nicht warum. Und ich bin immer da sehr ein bisschen, guck mal, wir machen jetzt auch kein Interview mit Porno-Leuten, höchstens die Coolen, um auf ihren Nacken Klicks zu generieren oder so, sondern weil die interessant sind. Und bei mir habe ich so das Gefühl, die wollen auf unseren Nacken abräumen. Das ist gut, das ist auch irgendwie das Geschäft, muss man ja auch sagen. Also jeder versucht irgendwie auf den Nacken von irgendwem anders Klicks zu generieren. Also letztendlich ist es auch das Geschäft. Aber ich sage ja immer, es ist wichtig, dass man dahinter steht. Und ich würde ja auch für unseren Podcast das ganz gerne wollen, dass wir halt irgendwann, gerade wenn wir jetzt nicht mehr, also wir haben noch viele Themen, aber wenn wir irgendwann nicht mehr so viele Themen haben, dass wir halt wirklich auch mal Leute einladen und sagen, hey, wir interviewen mal Leute. Aber mir wäre es dann halt auch wirklich wichtig, dass das Leute sind, die wir cool finden, und die wir mögen und nicht nur, also natürlich auch für die Klicks, keine Frage, aber dass wir die halt auch mögen und das jetzt nicht nur machen eben wegen den Klicks, sondern beides muss stimmen. Ja, ich weiß es nicht, weil ich weiß ja nicht, wir unterhalten uns ja ganz nett und das kommt ja auch gut an, aber wenn wir jetzt einen in der Mitte haben, weil mir fällt jetzt, gut, das muss schon passen, aber ich denke mal, wir können die ja aussuchen. Nee, eben, das meine ich ja, dass es Leute sind, das ist ja das, was ich damit sagen wollte, dass es Leute sind, die wir beide mögen, mit denen wir uns verstehen und wo dann auch ein gutes Gespräch entstehen kann, weil wir halt wissen, ey, mit denen würden wir uns auch unterhalten jetzt, wenn, sage ich mal, die Kamera aus ist und das ist das, was ich damit sage. Ja, das Problem ist halt, wir dürfen nicht den Fehler machen, so wie, na, wie seien das nicht die Konkurrenz, die Mitbewerber das machen, so, jetzt sitzen die auf so einer Art Casting-Couch, jetzt erzähl mal, wann war denn ein erster User-Dreh? Ha, 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 weißt du, dann drehe ich durch, wenn ich so einen Scheiß sehe. Nee, ich würde das, nee, aber wir machen das doch irgendwie auf, wir machen das ja immer so ein bisschen denetantisch, ne, eben nicht so professionell, aber das ist ja auch irgendwie unser Ding und so, denke ich, machen wir das dann auch, also wir machen das einfach so, wie wir das jetzt machen, bloß, dass da eine dritte Person ist und dann labern wir irgendwas, also ich denke, das machen wir ja genauso weiter wie jetzt, auf unsere ganz eigene Weise, ja, und das wird genauso sein, wenn wir jetzt eine dritte Person oder auch eine vierte Person da haben, also ich denke mal nicht, dass wir das machen. Genau, so ist der Plan, also bisher Dirty Theo ist so der nächste Programmpunkt. Ja, ja, das hattest du ja. Den kennen wir ja beide, der hat nachgefragt und das, also, das ist eine coole Socke, und das passt schon. Ja, dann, genau, dann hatte auch noch, ich hatte in einem, in dem Podcast mit Sibylle Rauch, genau, da hatte ich den Produzenten Klaus erwähnt, der Klaus, und der Klaus hatte, ich bestimme, seit zehn Jahren oder so, hat er mich mal wieder angerufen, weil sie ihn da drauf angesprochen hatten, ob er das Klaus ist, weil der in seiner Gegend Porno Klaus heißt, und er sagt dann, woher kennst du denn den Kowalski, und dann sagt er ja, und dann hat er einmal angerufen, und er sagt, erzähl doch mal von Rumänien und so, weißt du, weil ich viel mit dem unterwegs war, das kommt auch alles nach und nach. Genau, und das können wir ja immer mal zwischendurch, dann machen wir mal wieder zu zweit ein, dann mal zwischendurch mal wieder, also wie gesagt, alles, wir haben ja noch ganz viel vor in diesem Podcast, aber wichtig ist ja immer, dass wir das halt irgendwie noch authentisch machen, und ja, dass wir keine Opfer des Geschäfts sind, sondern dass wir immer selber bleiben. Ja, genau, und jetzt kommt wirklich, wo wir beide rot werden, mich hat einer angeschrieben, ihr könnt erzählen, was ihr wollt, aber ihr seid noch ineinander verliebt. Wer hat das geschrieben? Hat mir einer geschrieben. Die Frage beantworten wir mal besser nicht, aber ich will das ja so, weißt du, so, das war jetzt, guck mal, du wirst rot. Hör auf. Ja, ich habe ja noch meine gesunde... Ja, jetzt hätte ich wirklich schon gesagt, dass ich rot werde, jetzt werde ich auch rot. Das ist bei mir immer so, wenn man da schon sagt, man wird rot, dann werde ich rot bei mir so, ich kann nichts dafür. So, Thema beendet. Ja, du bist übrigens sehr, sehr adrett heute angezogen. Dankeschön. Ja, passt doch, passt doch, rot dazu. Und ich sehe eine neue Tätowierung. Ja, sehr, sehr schön, eine Schlange, weil ich wollte, dass das so ein bisschen hier sich mit einbindet. Also, ich finde mich sehr attraktiv heute. Ja, ist okay, aber ich sage jetzt nicht so viel, sonst sagt dann wieder, ich wäre verliebt. Okay, lassen wir das Thema lassen. Und was ist jetzt mit der anderen Seite? Das ist ja auch noch was. Also, ich finde es jetzt erst mal so gut, wie es jetzt ist. Ich bin eigentlich so zufrieden. Vielleicht mache ich irgendwann noch mal die andere Seite, aber jetzt bin ich erst mal so ganz... Pass auf, weißt du, was wir machen? Wir machen ein richtiges, ein Mitmach-Podcast. Die Zuschauer können drunter schreiben, ob die andere Seite tätowiert werden soll oder nicht. Genau. Aber nee, ich bin jetzt also, egal, was die Leute jetzt schreiben, ich finde es so jetzt erst mal schön. Vielleicht entscheide ich mich irgendwann dafür. Aber jetzt bin ich so zufrieden, wie es ist. Ich finde, das jetzt passt das alles. Ich finde es wunderschön. Und so bleibt es jetzt auch erst mal. Genau. Genau. So. Was können wir noch schlappeln jetzt? Ihr sagt dann, das ist so schwierig, wenn man kein Grundthema hat. Dann ist es halt immer ein bisschen schwierig. Es muss ja was Interessantes jetzt hier geben. Sonst kicken die uns ja, die Follower. Eben. Ja, was gibt es denn noch so Interessantes zu erzählen? Was ist denn so bei dir in den letzten Wochen so passiert? Nee, was heißt in den letzten Wochen? Wie gesagt, ich war ja in der Türkei ein bisschen chillen. Dann habe ich viele... Genau, das kommt jetzt auch wahrscheinlich auch wegen dem Podcast. Ich habe jetzt zurzeit brutal viele Drehanfragen. Okay, das hast du was für Drehanfragen? Ja, das ist jetzt nicht so Darstellerin in dem Sinne. Das sind halt Frauen, die ohne Fans haben, die dann, was weiß ich, vielleicht sagen, ihre Fans drehen mal mit dem alten Kowalski oder so. Naja, es ist ja irgendwie dann auch wieder so ein Boost für sie wahrscheinlich, wenn sie halt posten ja das und das. Auch wenn sich vielleicht wieder viele, das ist ja, dass viele ringen sich auf, denken dem und blablabla, aber gucken sich es dann trotzdem an. Und das ist ja genau das, was sie natürlich erreichen. Ja, und jetzt ehrlich gesagt ist es auch so, natürlich ist das jetzt auch wieder auf meinen Nacken, aber ich nehme das natürlich, wenn junge, hübsche Frauen sich melden und wollen auf meinen Nacken drehen. Die dürfen auf deinen Nacken, die dürfen auf deinen Nacken, die dürfen. Ich bin der Letzte, der sich beschweren würde. Es ist natürlich auch so, diese Only-Fans-Sache, das ist eigentlich für, ich glaube, für Männer ist das nicht so. Auch wenn du bekannter bist mit diesen Updaten, guck mal jetzt zum Beispiel diese Frauen, die bei Only-Fans was hochladen, die machen am Wochenende vielleicht einen Videoclip oder eine Bilderserie im Bikini oder nackig, was weiß ich, ich kenne mich nicht so aus. Ja, ich mache ja auch Only-Fans-Sache. Ja, genau. Also viel Bilder, viel Schreiben, sowas halt. Aber natürlich jeder machen, wie er möchte, aber wie gesagt, bei mir ist es hauptsächlich jetzt so Solo-Sachen und so, wobei ich ja auch ganz gerne wieder mit anderen, also aber nur mit Frauen jetzt erstmal drehen wollen würde. Mal gucken, was so in der nächsten Zeit kommt. Ich bin selber gespannt. Ja, genau. Und die Sache ist halt so, dass viele Frauen gute Sachen machen und sich auch Mühe geben, aber das wie so eine Geheimsekte ist, weil die keine Follower haben und deswegen brauchen die mich. Wenn die dann hier, was weiß ich, Kowalski verlinken, bla bla bla, wirft oder jetzt ein Bild zusammen machen für Insta oder so, das wirft die natürlich auch nach vorne. Dann musst du ja erstmal deine Fanbase kriegen und das ist auch gar nicht so einfach, weil viele Mädels, auch Junge, die das jetzt irgendwie sehen und dann erzählen irgendwelche Creatorinnen, die verdienen sonst wie viel und die denken, boah geil, das mache ich jetzt auch und werde dadurch reich. Aber wenn du eben keine Community hast oder irgendwas schon vorher, ist es ja auch extrem schwierig, da neue Follower zu generieren. Und dann ist es natürlich auch so, dann werden natürlich auch Sachen wieder geklaut und sind vielleicht im Umlauf und am Ende denken sich die Leute, die haben dabei nichts verdient, aber ihre Bilder sind vielleicht überall im Umlauf und die haben davon halt nichts. Und das sage ich halt auch immer gerade zu jungen Mädels. Es ist nicht so einfach, weil viele, das nervt mich auch so, viele sagen so, ja, ich bin natürlich reich und OnlyFans ist so einfach. Ja, wenn man eine Community hat, aber wenn du keinen hast, ist das auch nicht so einfach. Ja, ich sage das, das ist wie eine Geheimsekte. Man kann die tollsten Sachen machen und kommt nichts bei rum. Und es gibt ja auch welche, die irgendwelche Fetische bedienen, was weiß ich, Füße, Gummistiefel, Luftballons aufblasen und was es da eigentlich alles gibt. Und die verdienen sich mit diesem Rotz dumm und dämlich. Oder wenn halt Leute, keine Ahnung, die halt irgendwelche Stars sind, also eine Katja Krasabe zum Beispiel oder keine Ahnung, die jetzt wirklich viele, viele Fans haben, die können, ich weiß nicht, was sie jetzt macht, die kann auch wirklich guten Stuff machen. Aber beispielsweise, sie würde jetzt total schlechten Stuff machen. Scheißegal, sie hat trotzdem viel Geld. Aber eine Person, die halt keine Community hat und eben richtig gerne Stuff macht, das ist halt immer das Ding. Das kommt halt wirklich darauf an, wie viele Leute dich halt kennen und eben nicht auf viele andere Sachen. Ja, ja. Und diese Frauen, ich meine, wie gesagt, die beschweren mich darüber. Ich freue mich. Ich kann da auch unfassbarerweise sogar auswählen und filtern, was mir zusagt und nicht und was mich nach vorne wirft, so spaßtechnisch. Ja, das habe ich natürlich jetzt viel. Ja, drehen, drehen jetzt in nächster Zeit ist auch viel, die so, ach nee, da kaut es mir jetzt schon vor, aber das ziehe ich nahlos durch. So Webcam-Show. Also jetzt ein Akt per Webcam aufnehmen und dann halb läuft. Also wahrscheinlich sehr, sehr lange dann so, ne? Also wahrscheinlich dann eine gewisse Zeit dann. Ja, nee, das Problem ist, du hast ja dann auch mit viel Wahnsinn zu tun, ne? Dann was weiß ich, die Jungs, die dann im Chat sind, ja, der soll mal eben absämmeln. Ja, als ob das so, ne? So zack, alles. Das wäre das Problem. Nur, dass es Handicap ist, wenn du das machst, dann fragt nach fünf Minuten der Nächste. Ja, wo ist der Kampfshot? Ja, wo soll man das denn dann hernehmen? Weißt du so? Also das finde ich auch super schwierig. Für was machst du das? Also Privat-Webcam oder für irgendeine, also für eine Creatorin oder irgendwie? Ich habe mich mit einer Frau verabredet zum Drehen und dann kannst du mir, können wir hier, ich weiß nicht, ich habe nicht so viel Ahnung davon. Ich will in eine Cam gehen, verkaufe dann Tickets, hast du Bock dazu? Ja, wenn ich einmal da bin, ich kann ja jetzt ehrlich gesagt auch die Kamera aufstellen und das für mich aufnehmen. Weißt du so? Okay, also für eine Creatorin, okay. Genau, so. Das mache ich auf jeden Fall. Ja, da habe ich zwei Termine und danach ist der Pullemann schon wieder rund, ne? Ja, das glaube ich. Und du hast ja jetzt auch, was ich so mitbekommen habe, du machst ja jetzt auch viel so andere Sachen, zum Beispiel für irgendwelche Swinger-Clubs. Ach ja, nee, ich bin da gebucht worden. Ja, wie soll ich denn das sagen? Was bin ich denn da? Ehrengast, Stargast, so bei Swinger-Veranstaltungen, ne? Ja, auch so mit Autogramm, aber jetzt ehrlich gesagt, so bei Swingern bin ich nicht so bekannt, weil die Swinger machen das, was ich filme, weißt du? Okay, die sind also gar nicht so die Porno-Gucker oder wie? Ja, das weiß ich ganz genau. Aber die sind da ganz cool drauf. Also jetzt, ich war jetzt letztes Wochenende wieder, also man steht dann am Eingang mit Sekt und so und dann wird irgendwas verlost, dann bin ich die Glücksfee und solche Sachen. Ja. Und dann muss ich natürlich halt anwesend sein und, aber wie gesagt, das ist, mich unters Volk mischen. Also eigentlich stehe ich an der Bar und kipp mir ein paar Jägermeister rein und unterhalte mich mit den Leuten nett. Hab natürlich dann auch wieder ein paar Swinger-Angebote, aber ich hab das dann, ich hab das dann irgendwie vermieden, obwohl die Location wirklich gut war, weil ich so das Gefühl habe, wenn ich da jetzt auf der Spielwiese rumtobe, dass dann der halbe Swinger-Club mich beobachte bei meiner Performance, weil das ja immerhin der Kowalski ist, weißt du so. Ne, das ist dann, also das finde ich dann auch unangenehm, weil du ja doch dann irgendwie, gerade wenn du da, sag ich mal, Stargast gebucht bist und so, dann sind ja wirklich alle Augen auf einem und das wäre mir, das ist ja dann nicht so dieser private Spaß, das ist ja dann wie Arbeit irgendwie abliefern zu müssen und nicht dieses, ne, oder? Das nicht, aber ich komme ja dann, weißt du so, weil man ja dann, weißt du, dann erwartet man Wunderdinge auf einmal von dem Typen, weißt du so. Und dann klappt vielleicht irgendwas nicht oder es ist halt jetzt nichts Besonderes und dann denken sie alle, ja wow, das ist er jetzt oder keine Ahnung. Also Leute, ich sag euch da zu der ganzen Thematik, ihr könnt es eurer Frau, wenn er gut sagt, heute Nacht siebenmal besorgen. Das kann ich nicht. Aber ich kann, wenn sie einen Vollidioten zugucken mit der Tonangel, mit der Kamera und so weiter. Das macht keinen besser oder schlechter oder unterscheidet uns nur in Nuancen. Es kommt halt drauf an, was man macht. Also wenn man jetzt zum Beispiel darstellt, dann muss man ja eher das können, was du kannst. Aber natürlich privat ist, der gut kommt auch drauf an. Ja, es ist halt alles. Guck mal, da kannst du ja jetzt auch ein Lied von singen, wo wir noch Sex hatten. Du musst ja jetzt im Privaten, übrigens da können wir jetzt auch drüber diskutieren, das fragen halt viele, ob man da überhaupt noch Bock hat oder so, wenn man das beruflich macht. Es ist halt eine andere Sache. Zum Beispiel, wenn wir Missionars machen, da muss ich ja jetzt nicht die Beine und so hoch kommen, dass die Kamera unten die Details filmen kann. Da macht man halt Missionars und kann sich oben in Ruhe miteinander beschäftigen. So kuscheltechnisch und so, weißt du? Genau, du weißt, was ich meine. Und das hast du im Film. Das ist schon mal ein elementarer Unterschied. Ja, auf jeden Fall. Und wenn du jetzt zum Beispiel, wir reden jetzt von Doggy auf der Couch, wenn dir dann die Oberschenkel weich werden oder die fangen an zu zittern, weil du nicht mehr kannst im Film, dann würdest du im Privaten ja das gar nicht so machen oder nicht so lange. Eben, da geht es ja um den Spaß und warum soll man denn sich was quälen? Und beim Film ist ja um was ganz anderes und da quält man sich dann doch durch. Und das ist halt ein Riesenunterschied, ja, auf jeden Fall. Weißt ja, selbst wenn man auf einer weichen Couch einen Doggy macht und man sagt dann immer ein und das geht dann richtig auf die Beine und wenn man schon nicht mehr kann, dann sagt dann der Fotograf, da brauche ich jetzt nochmal Fotos von, halt still und dann bist du schon am Zittern oder so. Anstrengend. Du kannst das Lied, du kannst ja ein Lied von singen. Auf jeden Fall. Und deswegen ist es natürlich ein Riesenunterschied, ob man das jetzt privat macht oder halt vor der Kamera macht. Aber natürlich ist es, wenn man natürlich viel dreht, sage ich mal, dann ist natürlich, manchmal hat man wirklich keine Lust mehr, weil es einfach dann zu viel ist. Und man freut sich dann ja auch über andere Sachen, die vielleicht mal nichts mit irgendwelchen Körperteilen zu tun haben, sondern wirklich mal was komplett anderes. Das ist auch mal schön, finde ich so. Ja, bei mir ist noch das Problem, ich weiß nicht, ob du das hast, da man schon so viel gemacht hat, ich weiß jetzt nicht, was einen Privat noch locken könnte. Ja, unterschreibe ich. Ich sage das jetzt andersrum, jetzt nicht in einer Beziehung wie bei uns oder so, sondern du hast jetzt jemand anders hier, was weiß ich, so One-Night-Stand-mäßig und was, weißt du, so, ja. Und deswegen finde ich halt, es kommt auf die Person an. Also zum Beispiel, was ich ganz interessant finde, wenn man jetzt so eine neue Person trifft und man weiß halt nicht so, könnte es zum Sex kommen oder nicht. Und dann ist da so eine, lädt sich da so was auf. Und das finde ich zum Beispiel, ich komme gerade auf das, was du sagen würdest, da laufe ich aus wie ein Kieslaster. Aber das klingt nicht sexy, wenn ich das sage, es mir muss gerade so eingefallen. Nee, weißt du, das finde ich dann erotisch. Aber so diese Praktiken und so, wie du schon sagst, da gibt es nichts, wo ich jetzt irgendwie denke, boah, das will ich unbedingt mal nochmal machen, weil ich habe eigentlich schon alles gemacht. Also deswegen kommt es halt eher auf dieses, ich finde oft dieses Feuer, diese geladene Spannung, finde ich halt oft viel geiler, als im Endeffekt, ich sage mal, den Akt an sich, so geht mir das. Ich glaube, du hast dann auch so Probleme, wenn du jetzt, sagen wir mal, jetzt hier so einen Typen jetzt nach mir kennenlernst. Und ihr wollt da ein bisschen zusammen irgendwas machen. Und der kommt dann mit der Nummer, jetzt mache ich aber was ganz Tolles. Und du sagst, ja, das kennen wir ja noch gar nicht. Weißt du, das überrascht dich aber jetzt. Huch. Weißt du, so, das ist, wenn die Demo, wo du ihn da, zum Beispiel, ich weiß ja jetzt nicht, wir können ja jetzt nicht, weil das ja auch bei YouTube ist, irgendwelche Sexualpraktiken jetzt nicht im Detail beschreiben. Aber jetzt will der irgendwas so sagen, magst du das? Oder ich habe da was drauf. Und dann macht er das. Und dann denkst du dir, ja, das ist aber ganz neu jetzt hier. Da überraschst du mich aber jetzt mit. Das habe ich ja noch nie gemacht. Und das Problem ist, entweder musst du ihn belügen oder du sagst ihm das ja. Das hat John Kowalski 20 Mal mit mir gemacht. Dann ist er ja auch wieder enttäuscht. Du weißt nicht, dass ich dann ehrlich bei sowas wäre. Ja. Da hat schon gar kein Mensch mehr Bock drauf. Aber ja, aber deswegen ist das ja, deswegen ist dieses Feuer, dieses aufgeladene oder auch, sag ich mal, 0815-Sex, der kann ja auch gut sein. Es muss ja nicht immer irgendwas total Wildes, abgespacedes sein. Weil oft ist ja wirklich dieses, dieses ganz Normale ist ja manchmal wirklich schöner, als wenn ich jetzt sage, boah, lass jetzt mal irgendwie. Oder zum Beispiel, was ja auch so gar nicht meins ist, was ich wirklich null nachvollziehen kann. Du weißt es, Outdoor-Sex. Also wirklich so dieses Public. Das ist ja nur wirklich gar nicht meins. Also das sind ja wirklich so Sachen, damit kannst du mich echt nicht abholen. Also Public-Sachen, da stehe ich überhaupt nicht drauf. Also das war da lieber wirklich normal, wirklich 0815, was heißt normal, aber 0815 auf der Couch oder im Bett. Das finde ich dann wirklich schöner, als wenn man sagen muss, oh, irgendwas Aufregendes im Public. Nee. Also das kann ich ja auch nicht nachvollziehen. Ja, wie gesagt, ich fahre ja immer ohne dich nach Cap-Dacta. Das ist ja eine ganze Swinger-Stadt in Frankreich und da geht es ja mehr so am Strand und abends und so. Das ist immer draußen. Wenn die Sonne dir auf dem Arsch scheint, das macht schon Spaß. Oder ist ja ganz anders wie im Bett. Aber jetzt hier so in Deutschland muss ich ehrlich sagen, ich drehe ja sehr auf Parkplätzen und solche Sachen. Die Nerverei von den Frauen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Dann, weißt du, dann, sag mal, lehn dich gegen den Baum. Den Rest brauche ich ja nicht erklären. Und dann, ach, da sind Ameisen. Ach, da hat mich was gepiekst. Weißt du, und ich, oh Mann, Alter, ich sage, das ist doch jetzt in fünf Minuten gleich rum. Weißt du, so. Und lass uns die Decke woanders hinlegen und so. Dieses, jetzt ehrlich gesagt. Wir haben uns ja einmal mal voll gestritten, wo wir ein Public drehen mit der Polizei. Ach so, stimmt, ja. Ich weiß nicht, haben wir die Geschichte schon mal erzählt? Nee, das haben wir noch nicht erzählt. Warte, wie war denn das? Da hatten wir so ein Public oder wir wollten so, wir wollten, glaube ich, ein Vorschau-Clip nur drehen oder so. Und dann, weiß ich nicht, hat mich das alles genervt und dann hatten wir Streit und dann sind wir halt irgendwie tatsächlich so aufgebaust. Ich weiß schon gar nicht mehr. Es war einfach richtig sinnlos, dieser Streit. Auf jeden Fall bin ich dann halt irgendwie, nee, du bist vorgelaufen, hast halt so dein vergnistertes Gesicht. Ich bin hinten dran gelaufen, so weit weg von dir. Also ich glaube, das war, glaube ich, so. Ich sage, dann drauf geschissen, dann drehen wir das halt nicht so, weil ich dann angepisst war. Das ist nicht so. Und in dem Moment, wo wir, kann ich ja weiterzählen, wo wir dann halt den Wald runter kamen, kam dann Polizei, ne? Ja, genau. Weil auf diesen, das war allerdings im Parkplatz so, wo auch Spanner und so rumrannten. Genau. Und die hatten die Polizei gerufen, weil ein älterer Mann eine junge Frau ins Gebüsch gezogen hat. So geschilderte die das, ne? Und da haben die uns halt getrennt und du hast dann da gesagt, nee, Moment mal, das ist mein Freund hier, was soll der Scheiß, ne? Wir wollten hier was trinken. Genau, ich musste da noch so private Informationen von deinem Pass und so nennen, damit sie halt sieht, hey, ich kenne dich und so. Nee, dann solltest du mein Geburtsdatum sagen und nicht deins. Genau, und deinen vollen Namen, halt alles, was auf deinem Pass steht, damit die halt wissen, okay, ich kenne dich und du bist halt nicht quasi eine fremde Person. Und wir mussten dann halt auch darüber lachen. Mir war es ja unfassbar peinlich. Aber die Polizistin, der hat das auch nichts ausgemacht. Die fand das ganz cool, ne? Weil ich hatte ja auch Kamera und Stativ in der Hand und so. Aber jedenfalls so war das. Ja, wo die dann wusste, hey, das ist halt nichts Schlimmes. Da mussten die halt auch lachen. Da mussten wir halt alle lachen. Aber ich habe ja immer im Nachhinein gesagt, ich finde es super von der Person, die die Polizei gerufen hat. Weil stell dir mal vor, es wäre wirklich irgendwas gewesen. Ja, natürlich. Finde ich ganz, ganz toll. Weil so eine Lachen war alle drüber. Es ist eine Story, die erzählen wir noch in 20 Jahren. Aber anders wäre es scheiße gewesen. Aber das Problem ist, ich frage mich bis heute, was der Typ gesehen haben will oder die Frau oder der Mann, die die angerufen hat. Weil wir sind ja ganz souverän mit Kamera und Stativ im Wald reingegangen. Ja, wo wir denn da rausge... Ich glaube, wo wir dann uns gestritten haben, weil ich habe ja übelst geheult und ich sehe ja dann auch aus wie so ein Opfer, wenn ich heule. Du mit deinem verknieserten Gesicht, das ist dieser Streit, den wir hatten. Und dadurch wirkte, glaube ich, diese ganze Szenerie irgendwie so schlimm und irgendwie brutal, was sie ja gar nicht war. Wir hatten einfach so einen richtigen Pippi-Fack-Streit. Aber dadurch sah, glaube ich, dramatischer einfach aus, als es ist, weißt du. Und deswegen hat die Person die Polizei... Wie sich das wieder anhört hier im Podcast, Gowalski, bringt die kleinen Mädchen zum Wein. Ja, ehrlich, ja. Echt. Schäm dich. Schäm dich. Ja, das war auch so. Na ja, und dann... Ach, wie kommen wir überhaupt jetzt da drauf? Ach ja, Outdoor. Ja, genau. Und wie gesagt, ich drehe das... Also jetzt muss man ehrlich sagen, diese Public-Sachen verkaufen sich natürlich sehr gut. Genau. Richtig. Allein schon vom Licht her oder von der Atmosphäre. Ich habe halt viel draußen gedreht. Und ich kenne natürlich auch einige Frauen, die dann sehr, sehr... Ja, nicht stolz, aber das galt die richtig auf, wenn dann die Spanner rumrennen, weißt du, und so, die geht dann den Weg nackt, weißt du, und es kommen hier drei Typen entgegen. Das merkst du so richtig, dass es gibt so Frauen, die sind so veranlagt und das kommt gut. Andere natürlich... Ja, richtig. Das Gegenteil. Ich habe auch schon, was weiß ich, dann... Ich weiß, ach, das kann man jetzt immer so gar nicht sagen. Dann habe ich mit einer gedreht und dann hatte ich kein Stativ bei und dann, ich sage, ja, dann klemme ich die Kamera hier an der Astgabe, das machen wir schon. Ich sage, sagt sie, ja, dann wird das nichts. Ich sage, warte Sekunde ab. Dann, wo die sich schon ausgezogen hat, da habe ich einfach nur so gesagt, komm raus. Da kam der erste Joby drunter gelassene Hose raus. So beim Joggen. Ja. Die sind ja da wirklich... Das ist so weird, ne? Wenn du da bist, die sind überall im Gebüsch. Ich denke mir so, sind die da... Also jetzt ernsthafte Frage, sind die da den ganzen Tag im Gebüsch und warten, dass was passiert? Weil die müssen doch... Haben die keinen Job oder irgendwas? Also warum stehen die da den ganzen Tag im Gebüsch und warten? Ja, andere Frage. Nee, du darfst nicht vom Ruhrgebiet auf Süddeutschland oder so. Weißt du, Ruhrgebiet ist das. Also du siehst ja an den Parkplätzen die ganzen Tempotaschentücher an Autobahnparkplätzen. Oder verdächtigerweise, wenn du jetzt, sagen wir mal, ich sage jetzt einfach mal eine Stadt, wenn du in Dortmund am Parkplatz fährst und der ganze Rastplatz ist mit Kennzeichen aus der Umgebung. Weißt du, die fahren ja keine zwei Minuten, um Rast zu machen. Also rennen die da alle im Wald rum. Es gibt da so Parkplätze, sehr viele im Ruhrgebiet. Sind natürlich auch sehr hier von Homosexuellen frequentiert. Die nennen das ja Cruising. Und man hat natürlich den Vorteil, wenn man da hingeht, muss ich jetzt ehrlich sagen, da ruft keiner von den Bullen, außer bei uns. Aber zumindest nicht wegen öffentlichen Ärgernis, wenn dann wegen anderen Sachen, aber nicht wegen öffentlichen Ärgernis. Und man hat dann nicht so Vollpfosten bei so, die eskalieren oder was, sondern die sind sehr zurückhaltend, fragen, ob sie, was weiß ich, auf die Möpse semmeln können oder so. Weißt du, so. Darf ich bitte auf die Möpse? Ja, aber die sind wirklich, also die sind wirklich auf ihre, sage ich mal, verquere Art und Weise, das meine ich jetzt nicht böse, aber sind die halt sehr höflich. Also auf eine spezielle Art und Weise sind sie höflich. Oder wenn, sie hatte das letzte Mal gedreht und dann war auch so ein Fall, ich sage, kannst du die Kamera enthalten? Moment, dann rannte der wieder zu seinem Auto, um die Brille zu holen, weißt du, damit er das besser sieht. Der hat übrigens gut gefilmt. Das Handicap ist aber zum Beispiel diese Public Sachen, die laufen wirklich gut, aber da können wir uns auch noch drüber unterhalten, über Verträge und das Ganze drumherum. Das ist ja auch wieder ein eigener Podcast, die man da haben muss. Und dann muss man dann halt, während man das macht, ist es ja besser, es kommt aus der Situation heraus. Und dann muss man den Typen halt erklären, Alter, mach dir keine Sorgen, ich filme nicht dein Gesicht, nur untenrum. Ja, und dann sagt der eine wieder, ah, guck mal, ich habe auf der Hand ein Tattoo gehabt, kannst das nicht wegmachen. Und nee, und dann lässt man das wieder ganz lang. Ja, es ist stressig. Leute, deswegen gibt es weniger Public-Virus jetzt. Genau, also an sich, wie du schon sagst, die laufen prima, aber dieser ganze Stress drumherum, da hat man keinen Bock drauf. Und dann wird das abgelehnt. Also da erzählen wir, wie du sagst, erzählen wir nochmal wann anders drüber, wie das halt alles funktioniert, eben mit Verträgen und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist ein Riesenthema. Es ist super anstrengend. Da machen wir halt wirklich nochmal eine extra Folge zu, weil das ist wirklich ein sehr, sehr langes Thema. Aber deswegen hat man da halt keinen Bock drauf. Also zumindest selten muss man wirklich die Laune kriegen. Also genau, was war jetzt? Machen wir jetzt das nächste Mal? Doping? Ja, nicht Doping. Nee, war anders. Ich habe immer vergessen. Was? Ach, Faken, genau. Faken, 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 genau. Frauen und so. Und hier diese ganzen Umstände mit Verträgen für Onlyfans, Pornhub und so weiter. Genau, das machen wir denn, wenn du hier bist, beide Sachen. Genau, ne? Genau. Ja, so, jetzt waren wir von Hützchen auf Stolzchen wieder. Also Public, draußen. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel, wie gesagt, dann ist ja so in dem Moment, dann kommt ja die, weißt du, wenn du dann mit den Typen verhandelst, hier, wir filmen nicht dein Gesicht, in dem Moment sagt die, ah, scheiße, ich habe in den Brennnesseln getreten, dann geht das Elend wieder los. Weißt du, also es spricht immer alles gegen einen. Ja, ja, deswegen. Also das ist wirklich, und das hasse ich ja auch, du hast schon gerade mit den Ameisen und so. Das finde ich halt draußen auch so nervig, dann irgendwelche Mücken. Dann wirklich, wenn ich mal einen Public-Dreh hatte, wirklich am nächsten Tag, meine ganze Haut war zerstochen, es hat alles gejuckt, es war, oh, ich habe mich immer richtig unwohl gefühlt, das ist einfach so unbequem und nee, also mir geht das nur auf den Sack. Deswegen schön im warmen Bett, gemütlich, weich, das ist doch viel besser. Ja, und man muss ja dann auch, sagen wir mal, die Sachen, Umziehsachen mit in den Wald schleppen, so, weil ja manches nass werden könnte und was es da nicht alles für Spielarten gibt, ne, dann musst du ja, oder dann eine Flasche zum Trinken oder einen Müllbeutel, damit die Kondome nicht im Wald liegen und Wasser zum Schniedel abwaschen und so ein Kram halt alles. Also muss man wirklich mögen und wie gesagt, also mein Ding wird das auch nie werden. Also das ist ja, hallo Schatz, Bruder, hallo mein Schatz. Siehst du sie? Also ich sehe nur so ein bisschen Schwänzchen wackeln, aber so richtig richtig. Also es war ja zu langweilig im Zimmer hier. Ich habe die Tür zu, Trude, ich habe dir eine Kaustange gegeben, da habe ich jetzt die Tür zugemacht, damit es sei nicht, dass jetzt hier reinkommt und bellt oder so. Hallo Schatz. Ich weiß gar nicht, ich kann nicht auf dem Boden filmen zu machen. Ich sehe, ich sehe so ein bisschen ihren Stietz, ich sehe so ihren berühmten Stietz, sehe ich so ein bisschen, ja. Ich kann ja, ich kann ja, ach nee, wir haben ja immer, wenn du bei mir bist, dann sitzt ja meistens Trude im Hintergrund oder liegt im Hintergrund. Ja, hallo. Hopp, hopp, hopp. Ach nee. Naja. Egal, ich habe, ich habe, ich habe die Maus mal wieder gesehen. Du kennst sie ja. Ich kenn sie. Ja, sehr spannend. Ja. So. Genau. Also, wie gesagt, Public ist nicht meins, aber ich kenne halt auch super viele auch gerade an Frauen, die wirklich diesen Kick halt, dieses erwischt werden. Ich finde das auch, also mir macht das eher Angst, also was heißt Angst, aber ich finde das, ich finde das nicht als Kick, sondern ich finde das eher, mich beunruhigt das, weil ich denke dann immer, keine Ahnung, da könnten ja auch, ich meine, am Spannerpack gleich so wieder. Nein, was ist denn jetzt? Ein oder raus? Das ist so süß. Wieso habe ich den Faden verloren? Ja, was wollte ich sagen? Das ist egal, wir quatschen noch ein bisschen weiter. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ist das halt wirklich, was wollte ich denn gerade sagen, jetzt habe ich wegen der süßen Maus den Faden. Nein, dass viele da einen Kick haben und du nicht. Genau, ich nicht, aber irgendwas anderes wollte ich dazu noch. Ach ja, genau, was ich halt auch über diese Angst, ich habe klar in so Spannerparkplätzen, hm, aber zumindest oft ist das so, wenn man ein Publikum dreht, zum Beispiel, dass da auch zum Beispiel Kinder oder so vorbeikommen könnten. Das ist ja furchtbar, der Gedanke, um Gottes Willen, oder generell, es müssen ja nicht mal Kinder sein, aber auch Leute, ich möchte Menschen, anderen Menschen nicht meine Sexualität aufzwingen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel was im Internet mache, jeder kann ja entscheiden, was er sucht, ob er sich zum Beispiel diesen Podcast anguckt, das kann jeder entscheiden. Aber wenn ich das draußen irgendwo mache und eine Person sieht das, weil sie da einfach lang geht und will das gar nicht sehen, ich möchte denen nicht meine Sachen aufzwingen, das ist mir ganz, ganz unangenehm. Das mag ich gar nicht. Also ich drehe das ja nur auf Parkplätzen, die wirklich dafür bekannt sind, dass es da abgeht. Na, wie gesagt, im Ruhrgebiet ist man gesegnet damit, mit den Parkplätzen, da gibt es einige, na, müsst ihr mal im Netz gucken. Hast du hier, glaube ich, bei mir so einen Sächsenanhaltung, so hast du, glaube ich, sowas gehabt, oder? Vielleicht, aber nicht so ein Ruhrgebiet. Aber das sind halt mehr so diese, hier, was weiß ich, Parks oder so, Cruising für die, die ihr eigenes Geschlecht mögen. Und das gibt es hundertprozentig bei dir auch, da müsste man mal auf bestimmten Seiten gucken. Aber halt im Ruhrgebiet ist das halt, ja, ich weiß auch nicht, wir sind halt so, ne? Ja, das ist so, die Mentalität ist ja auch irgendwie so lockerer, habe ich zumindest immer das Gefühl, wenn ich so bei dir war im Ruhrgebiet, ich mochte das ja immer. Ich fand immer irgendwie eine gewisse, eine ganz andere Art von Toleranz, habe ich zumindest so wahrgenommen, war halt irgendwie da. Ja. Also wenn man im Netz so guckt, weißt du, jetzt zum Beispiel, es gibt ja so in Kroatien einen bestimmten Strand, wo nur gevögelt wird, so FKK-Strand mäßig, oder eben, wie gesagt, wo ich das sage, in Cap Dark in Südfrankreich, das ist ja ein riesiges Swingerdorf oder Stadt. Ja, das ist natürlich nochmal eine ganz andere, andere, ja. Du hast natürlich, du hast natürlich jetzt hier, was weiß ich, dann an Stauseen im Sauerland so, weißt du, bestimmte Strände, wo halt FKK macht, so, die sind nicht offiziell. Okay, weil im Sauerland, also Sauerland verbinde ich nicht unbedingt mit Toleranz und Sex und diesen Sachen verbinde ich jetzt nicht mit Toleranz. Nee, da hast du wirklich, die heißt dann Porno Beach und da weiß man schon ungefähr, was los ist. Oder ich habe zum Beispiel in Ostfriesland einen Geheim, das ist eher so ein wilder Strand, so, wo man mit den Hunden gehen kann, wo halt nichts Öffentliches ist und da in den Dünen, also da, was ich da schon alles miterlebt habe und durchgezogen habe, dass, übrigens die Gattin von meinem Zahnarzt auch. Okay, was, die war da auch oder wie oder was in den Dünen oder was war mit der? Der Zahnarzt war da mit seiner Gattin. In den Dünen. Genau, und der fand das ganz gut. Naja, warum nicht? Wie gesagt, ich finde es ja auch, wenn man das mag, ist es eine coole Sache, wie gesagt, wenn man wirklich weiß, ey, das sind Orte, wo halt wirklich auch keine Kinder sind oder eben nur Leute, die das auch wollen, dann finde ich das ja vollkommen in Ordnung. Mein Ding ist es trotzdem nicht, aber wie gesagt, dann ist es okay. Aber wie gesagt, ich mag es halt nicht, dieses anderen Leuten aufzwingen oder zum Beispiel so Sachen, bin ich auch gar kein, also wirklich so gar kein Fan von in der Kirche oder irgendwie sowas. Pass auf, dann wird der Podcast jetzt wirklich lang, weil ich mich abgrundtief über eine Darstellerin aufrege. Ich darf gar nicht drüber nachdenken. Ich nenne mal keine Namen, das Netz vergisst halt nie. Die hat in der Kirche gedreht. Also jetzt, pass auf, jetzt muss ich dazu sagen, in jungen Jahren haben wir auch in der Kirche gedreht, aber die wurde entweiht. Okay, das ist dann okay. Ach, da können wir uns auch noch, so die Profiproduktion, also grundsätzlich, auch wenn man über Pornografie was Negatives sagen würde, es wurde grundsätzlich nicht in Kirchen gedreht, nicht auf Friedhöfen. Ja, das geht auch. Vor allem das ekligste in realen Kinderzimmern, also wenn jetzt zum Beispiel, wenn man ein Haus gemietet hat als Location, der Besitzer sagt dann hier, da ist die Küche hier, da könnte er haben und die Bar, das sind die Kinderzimmer, dann hat der schon ein paar in die Fresse gekriegt für den Spruch. Ja. Also leifhaftig dabei, weißt du, so als wenn man da drin drehen würde, also das ist abgrundtief. Und diese Alte, von der ich jetzt rede, die hat in der Kirche gedreht, ne? Fandte das, ich weiß nicht, was in ihrem Kopf da vorgegangen ist. Ja, die wollte wahrscheinlich, also, weil das natürlich so krass ist und wollte wahrscheinlich dadurch Kriegs kennenlernen, aber das ist einfach, das ist menschlich, wie nennt man denn das? Es gibt doch so einen Begriff dafür, nicht mit Kirche oder generell einfach mit Religion, dass das so verunglimpft, es gibt doch so einen Begriff. Ja, 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 das gibt es. Gotteslästerung oder was? Ja, nee, komm ich irgendwann noch drauf, wahrscheinlich, wenn der Podcast verendet wird. Ja, weißt du, und das meine ich ja jetzt auch, weil du sagst Religion, diese Sumpfkuh. Blasphemie, oder? Ist das das? Ja, ja, glaube ich doch. Und diese Sumpfkuh, die so mutig in die Kirche gedreht hat, die soll das doch bei einer Moschee machen, wo eine Synagoge, dann kommt die nämlich nicht mehr so spaßig raus und kann auf groß, weißt du, so. Ja, 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 ja. Das trauen sie sich nämlich nicht, aber bei den Christen, die eine Ohrfeige nach der anderen hinhalten, gut, über sowas wollen wir jetzt nicht reden. Nur, das Schlimme ist, nachdem die gemerkt hat, dass sie dafür gehetet wurde, sagt die doch Knochen hart, ich wollte ein Zeichen gegen den Kindesmissbrauch in der Kirche setzen. Und dann dreht die ein Porno drin, ist die nicht die ganze Sau. Ja, also das fand ich auch wirklich, also das fand ich wirklich interessant. Also ich habe ja schon viele Sachen, wie die Leute rausreden oder so. Ich habe mich manchmal selber schon aus Sachen rausreden, aber das, das übertrifft alles, was ich jemals gehört habe an irgendwelchen Rausredungen. Also jetzt ohne Quatsch, wie kann man so scheiße im Kopf sein? Also die Begründung noch, ich hoffe, ich hoffe jetzt ehrlich gesagt, dass man dir richtig einen raufballert. Ich weiß jetzt nicht, ob es da ein Urteil gab oder ob die Kirche sie angezeigt hat. Ich hoffe mal doch. Und dass sie sich da eine richtige Lampe holt, das ist nämlich, weißt du, das soll solchen Leuten eine Lehre sein, dass sie gar nicht auf so Ideen kommen. Ja, das gehört sich einfach nicht, das macht man einfach nicht, Punkt aus Ende und da gibt es auch gar keine Diskussion. Das hat mit dem Business halt nichts zu tun, weil ich persönlich weiß ja selbst, ich bin kein gläubiger Mensch, aber ich gestehe das jedem zu, egal in welche Richtung, solange sie mir nicht damit auf Eier gehen, ist ja alles gut. Richtig, und das ist das Ding, ist ja bei mir auch so, sie sollen mir nicht auf die Eier gehen, aber ich gehe ihnen auch nicht auf die Eier. Sie sollen das ausnehmen und ich lebe meine Sache aus und wir beide, wir haben da nichts miteinander zu tun. Nein, ich würde ja, so ist das einfache Geschichte, ja, ganz simpel. Manche Handlungen bei manchen Kirchen sind ja wirklich, wo man schmunzeln könnte, was man als Atheist nicht verstehen könnte oder nicht hinterstehen könnte, aber ich verurteile die Leute nicht dafür. Wenn der meint, er soll an die Eiche im Wald glauben, dann ist das okay für mich, dann soll er das machen, aber wie gesagt, ich muss es nicht. Ganz genau. Egal welche Rechte. Unterschreibe ich. Ach, auf was wir alles so entkommen, mit Public-Kirchen. Ja, so ist das, wenn man kein Hauptthema hat, dann kommen, ich meine, wir kommen ja schon, wenn wir ein Hauptthema haben, von Hölzchen auf Stülzchen, aber heute ist es wirklich alle Themen gemixt ein, ein bunter Mix. Also, wie viel Zeit haben wir denn gemacht? Reicht doch, oder? Ja, das reicht, das reicht, ich habe noch einen Termin, dann kann ich das nämlich alles noch entspannt mich fertig machen, also deswegen weg dafür, wenn wir jetzt aufhören. Wir haben doch alles abgehaktet. Ja, also, jetzt, so, sorry für den langweiligen Podcast. Langweilig, ey, wir haben doch alle möglichen Themen. Also, und dann, wenn er Langeweile schreibt runter, soll sie die andere Seite noch tätowieren, oder nicht? Und bitte nicht hier so blöde Hit-Kommentare, die ist schon zu viel zugetackert. Ich werde, du das kommst. Ey, das sieht so scheiße aus, früher war das Schöne. Pass auf, das ist zum Beispiel, ich, genau, jetzt, wir machen weiter, ohne mit den Wimpern zu zucken, weil, weil, ich musste zwei, drei Leute blockieren, ich kümmere mich eigentlich nicht um den Scheiß, so, der hat sich unter einem Podcast beschwert, dass der Kowalski ihn grundlos blockiert hat. Okay. So, und Meister der Leichten Muse, das ist jetzt einfach so, ich blockiere nicht, ich habe auch keinen Nerv, mit irgendwas zu diskutieren, wenn einer nicht in dem Thema drin ist, lohnt sich dann nicht, das ist Zeitverschwendung, denen alles zu erklären. Oder, wenn einer Hate gibt über meine Optik, oder, guck mal, mich haben sie bei der ersten Folge hier gehatet, für gelbe Finger, weil ich mein Hund, weil ich mein Hund, der hat so einen Hotspot, heißt das, dann ist das Fell so entzündeter, lecken die sich, dann musste ich den mit Jod einreiben, im ersten Podcast sagen sie Nikotinfinger seinem Vater, nee, das war Jod, ihr Eimer. Naja, das ist dann immer, die sehen dann nur irgendwas und dann wird das da so. Und da lohnt sich nicht, warum soll ich den jetzt schreiben, ach, das war Jod und dies und jenes, ne, drauf geschissen, interessiert mich nicht, aber ich blockiere dann sofort, wenn einer an der Optik der Darstellerin rumnekelt, ne, weil das sind alles Menschen, das sind schöne Menschen, das sind fantastische Menschen und so weiter, ne, wenn sie nicht so zugeteilt sind. Warte, die Verbindung, die Verbindung war jetzt irgendwie gerade, aber ich habe zumindest, warte, ihre Internetverbindung ist instabil. Ne, aber auf jeden Fall habe ich verstanden, ja, genau, das habe ich ja auch oft, dieses Jahr, früher war es so schöner und blablabla, was soll ich denn jetzt daraus, ich finde mich so schön, wie ich bin und jeder kann das ja auch empfinden, wie er möchte, der eine findet es so schöner, der andere findet es so schöner, aber das ständig dann zu kommentieren, finde ich halt auch so, was willst du jetzt, was soll ich jetzt machen, was soll ich jetzt Nee, oder wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer drehe, die sitzt bei mir auf dem Schoß und einer mekelt an ihren Aussehen rum oder so, ne, die, sagen wir mal, Kowalski, deine Weiber werden ja immer hässlicher, was soll ich mit diesen Menschen diskutieren, blockieren, dann kann er, weißt du, und diese Mülltonne, die das schreibt, der sitzt einsam und verlassen vom Rechner, keult sich ein und hat schon einen Bodycount vom halben, weil er mal die Lehrerin halbnackt gesehen hat, weißt du, und das, weißt du so, und so ein Einmal will mir was über hübsche und hässliche Frauen erzählen, und das ist dann fertig, weißt du so. Ja, das finde ich richtig, weil das ist einfach respektlos, finde ich auch nicht schön, und das finde ich auch korrekt, dass du das da machst. Über, weißt du, naja, gut draufgeschissen, ne, und, naja, gut. Jetzt hören wir lieber auf, weil nicht das mal komplett noch abbrechen, das war eben gerade schon so, auf wackeliger Kandidatik gerade, also deswegen hören wir jetzt auf, ich kann meinen Termin wahrnehmen, und wir sehen uns bald wieder, und dann, genau, machen wir folgen. Und wir haben ja jetzt die Themen, ich schreibe mir die schnell auf, und dann trumpfen wir das nächste Mal. Ja, mach mal, sonst vergessen wir es wieder. Hett auf. Machen wir, machen wir. Dann gehen wir zum Weg im Erotik-Bereich. Genau. Okay. Es wird spannend. Kämpft euch durch, bis nächstes Mal. Tschau. 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 Tschau.